Mal so ein einfaches Übertragungssystem an, das nämlich wissend. Ich habe hier mal auf die linke Seite irgendeine schematische Antenne gebaut mit einer Quelle mit der Leistung P1 am Fußpunkt. Und dann irgendeinem Gewinn G1, also das ist die Richtwirkung der Antenne. Dieses G kann irgendwas sein, aber zählt natürlich, entweder es ist eine Funktion über den gesamten Raumwinkel oder meint genau die Richtung der zweiten Antenne. Gut, dann gibt es einen Abstand R und dann gibt es eine Antenne mit dem Gewinn G2, auch in genau dieser Strahlrichtung gemeint oder über den gesamten Raumwinkel. Relevant für uns ist nur in dieser Raumrichtung und dahinter gibt es jetzt einen Abschluss und wir gucken mal, welche Leistung P2 da ankommt. So, dann gibt es die sogenannte Friesche Formel. Das ist genau die hier. So, die möchte ich mindestens noch einmal plausibel machen. Wenn wir eine Leistung P1 aussenden, dann wird die eine Strahlungsdichte irgendwo erzeugen. Dichte oder Leistungsdichte in Entfernung in Entfernung R. So, und zwar wird das relativ logisch sein, dass das, nennen wir es mal S1, ist, naja, es ist jedenfalls proportional zu dem, was da ausgesendet wird, mal, da hatten wir ja schon das EERP, G1, also der Gewinn, dann aber verteilt auf die Kugeloberfläche. So, und auch das ist relativ logisch, die Leistung verteilt, also der Ballon bläst sich einfach weiter, weiter, weiter auf, die Leistung verteilt sich eben über eine Kugeloberfläche. So, und das macht auch nichts, wenn Sie jetzt auch sagen, okay, das Ganze geht aber nur in einen gewissen Raumwinkel rein, dann ist es eigentlich nicht die gesamte Kugel und das Ganze wird korrigiert durch den Faktor G1, aber dann wird es immer noch kugelförmig werden. Also auch das ist ja, wenn nur ein Raumwinkel überstrahlt wird, auch das skaliert hier mit 1 durch R² und dieser Faktor G1 durch 4 Pi oder überhaupt der Faktor G1, der Gewinn, der gibt eben an, in welchen Raumwinkel oder korrigiert eben für die Verteilung über die gesamte Kugel. So, am Empfänger wird jetzt natürlich wieder Leistung daraus gemacht. So, und dieses S1, naja, das muss natürlich jetzt irgendwie über eine gewisse Fläche der Antenne muss das aufgesammelt werden und dieses A effektiv, das ist die effektive Fläche der Antenne. So, was ist jetzt das Effektive an dieser Fläche? Wenn Sie sich da vorstellen, das ist ein Parabolspiegel, das ist wahrscheinlich das Einfachste, dann ist in etwa die effektive Fläche des Parabolspiegels auch die geometrische Fläche oder die geometrische Fläche des Parabolspiegels auch die effektive Fläche. Nicht ganz, wahrscheinlich nur 70, 80 Prozent, das kommt ein bisschen später, warum nur so wenig davon? Also kann man sich auch relativ einfach vorstellen, der Parabol, der sammelt eben über diese Fläche, die er da abdeckt, auf. Wenn Sie im umgekehrten Fall mal annehmen würden, das ist jetzt mal wie eine Yagi-Uda-Antenne oder eine Drahtantenne. Sie machen jetzt noch die Vereinfachung, dass Sie mit unendlich dünnen Drähten gearbeitet haben. Dann ist die Fläche, die geometrische, ziemlich klein oder null. So, also funktioniert da mindestens bei diesen kleinen Antennen dieses Konzept der geometrischen Fläche einfach nicht so gut oder nicht. So, man kann jetzt aber trotzdem, wird ja die Antenne irgendetwas tun. Die Antenne wird ja über einen gewissen Raumbereich, sonst würde es ja gar nicht funktionieren, Strahlung in sich einsaugen. So, und das ist eben die effektive Fläche und die ist G2 mal Lambda-Quadrat durch 4P und das ist eben das A effektiv. So, und wenn Sie das alles zusammen einsetzen, dann kommen Sie genau mit dem und dem und dem Nee. Ja. Kein Problem. So. Und das läuft dann eben auf diese Fläche raus. Diese effektive Fläche auszurechnen, ist ein bisschen aufwendig. Deswegen habe ich es nur angegeben, mit diesem, das könnte ja auch irgendwas sein, nicht? Wieso ist das jetzt gerade Lambda-Quadrat durch 4P, dass dieses G2 da irgendwie mit eingeht, kann man sich vielleicht mal vorstellen und so, ne? Das ist ein bisschen aufwendig. Dazu müsste man eigentlich eine Drahtantenne mal komplett durchgerechnet haben. und das schenke ich mir jetzt, weil ich die Drahtantenne auch nicht kommt, der durchrechnet. Das mache ich erst im Master. So. Also das ist dann eben die sogenannte frische Formel. Und wenn man sie nicht aus dem Kopf weiß, dann sollte man sie sich irgendwo hinschreiben. Sie können die auch noch ein bisschen umbasteln, indem sie die in dB ausdrücken, weil die G1 und G2 hier ja im linearen Maßstab sind. Also sie müssten jetzt hier nicht irgendwie die 2,16 dB von der Dipolantenne nehmen, sondern sie müssten den Faktor 1,64 hier einsetzen und so weiter und dann eben multiplikativ arbeiten. Wenn sie das nicht wollen, dann kann man die auch in dB umwandeln. Dann ist es die Formel da unten drunter. Ich finde die eher unangenehmer als die andere. Aber ich habe sie Ihnen hier mal hingeschrieben. Jetzt gucken wir uns mal so drei Systeme relativ extrem auseinanderliegende Systeme an. Hier. Und gucken wir mal, was das eigentlich bedeutet. Ich habe hier mal Bluetooth, GSM. Da können Sie auch was anderes für schreiben. Da können Sie auch UMTS oder LTE oder sonst was hinschreiben. Da ändern sich dann die Parameter nur ein bisschen. Und Astra 1E oder sowas genommen. Ich wollte nicht. Also je höher die G-Zahl wird, also je dichter sie an 5G oder sogar WLAN und rankommen, desto mehr geht es dann Richtung Bluetooth. Aber egal. Also weil es auch ein Kurzstreckenfunk wird. Also ich habe da irgendwas mal genommen für mittlere Strecken und ich habe Astra-Satelliten da oben genommen. die Spezifikation einer Sendeseite hier beim Bluetooth gerade mal egal, welche das ist, weil sehr symmetrisch aufgebaut ist, 10 dBm, also 10 mW. Ob das jedes Headset jetzt wirklich aussendet oder ob die nicht doch noch weniger aussenden, sei mal dahingestellt. Aber das ist eben so die Spezifikation, die da vorgesehen war. Ein GSM-Handy im 900 MHz-Bereich kann 2 Watt machen. wird es im Regelfall nicht tun. Aber es könnte. Im E-Netz ist das schon wieder weniger. Da sind es glaube ich 500 mW. Ich weiß nicht, also es ist schon wieder deutlich weniger geworden. Es ist dann deutlich weniger. 23 dBm sind es da glaube ich nur noch und keine 33. Das wären aber 200 mW. So und der Astra 1e, der sendet tatsächlich 85 Watt. Also der hat eine Endstufe mit 85 Watt. Die jeweiligen Senderantennen habe ich mal bei Bluetooth und GSM mit 0 dB abgeschätzt. Das ist eine extrem euphemistische Abschätzung. Die Antennen haben typischerweise gerade Bluetooth-Antennen, gut die kann man ja bei 2,4 GHz in der passenden Größe bauen, also die können schon Lambda halbe groß werden. Das geht jetzt nicht sonderlich auf die Effektivität. Aber ob sie wirklich ihren Bluetooth-Sender so optimal ausrichten, dass der eben gerade auch wunderbar mit dem Empfänger zusammenspielt, das sei mal dahingestellt und das war ich auch zu bezweifeln. Also 0 dB ist eine grobe Abschätzung, die ist jetzt nicht grottenverkehrt. Können wir ein paar dB abziehen eigentlich sogar, aber es ist bestimmt keine Worst-Case-Abschätzung, sondern eher so eine Best-Case-Abschätzung. GSM-Handy, das gleiche. Die Handys, die Handy-Antennen, die haben fast ich vielleicht auch 30, 40, 50, 50 Prozent Effektivität. Ein altes GSM-Handy hat wahrscheinlich so mit diesem Stummel dran und so, hat vielleicht noch eine einigermaßen Richtwirkung. Die neueren, da wird das ja noch schlimmer, also da ist die Hand dann noch davor und so, also auch das ist eine Best-Case-Abschätzung. Aber oben, der Satellit, der hat tatsächlich 32 dB Gewinnantenne, der hat da oben auch einen Parabolenspiegel, weil der muss ja nicht zum Mars hochstrahlen, sondern es reicht ja runter und dann will er auch nur einen gewissen Footprint der Erde abdecken, also vielleicht nur Europa oder Nordeuropa oder so, das reicht ja völlig aus. Der braucht auch nicht einmal die gesamte Erdhalbkugel, die er sehen würde oder den Teil davon, den er sehen würde, abzudecken, sondern nur eine gewisse Region würde schon reichen. Also kann er da eine hochbündelnde Antenne hinpacken. Wenn Sie mal ausrechnen, was dann die effektiv als isotrop abgestrahlte Leistung ist, also die EERP, es ändert sich da bei GSM und Bluetooth nichts. Beim Astra 1E sind das aber 51 dB Watt. Mal schnell überschlagen, was das ist, im linearen Maßstab. Na ja, 50 dB ist wie viel? Genau, 50.000, ne? 100.000, 51, dann wahrscheinlich 125.000 Watt. Also er sieht so aus, als würde er mit 125 Kilowatt in unsere Richtung strahlen. Das ist die Power der Antenne, ne? Wenn er die wirklich erzeugen müsste, da oben, die Leistung, und dann auch wirklich damit senden müsste, dann hätte er eine Menge zu tun und wahrscheinlich würde man ihn sogar bei Tag sehen, weil er glüht. Okay, so, Anfangsantenne beim Bluetooth hier, 0 dB, also das ist ja im Prinzip das Gleiche, wo Sie das Handy dann stehen haben, wenn Sie mit dem Headset, mit dem Handy sprechen oder mit dem Computer sprechen und so, das ist nicht wirklich kontrollierbar. Auch das eine eher, gut, vielleicht nicht Best-Case, aber Good-Case-Abschätzung. Beim GSM hat man dann Antennen, die einigermaßen in der horizontalen Ebene bündeln. Wenn Sie sich die da oben mal angucken, einmal kurz rausgucken, ich kann auch gleich, wir gehen im Labor, sehen wir uns auch noch, können wir uns auch noch eine angucken, dann sind das vertikal gesteckte Antennen und die bündeln dann eben in der vertikale Richtung, weil auch da müssen Sie ja nicht nach oben mit den Flugzeugen, da ist es ja ohnehin verboten, sprechen, das sind mittlerweile nicht mehr, sondern Sie wollen ja die Erdoberfläche überstreichen. Und da eigentlich auch nicht unendlich weit, sondern Sie wollen die sogar so ein bisschen nach unten neigen, das kann man auch so ein bisschen erkennen, dass sie zum Teil nach unten geneigt sind, die Antennen, weil Sie nämlich wollen, dass der, dass, dass die Strahlungskeule irgendwo aufhört, definiert aufhört, wo dann eben die Grenze ihres, ihrer Zelle, ihrer Funkzelle ist. So, also da haben Sie 11 dB Gewinn und seine Satellitenschüssel hat 35 dB. Das ist so die handelsübliche Satellitenschüssel. Auch das ist vielleicht eher eine Goodcase-Abschätzung, vielleicht hat die nicht jede und dann ist sie auch mal dreckig und die Möwe oder die Taube hat da drauf gemacht und so, aber sei es drum. So, Frequenz angegeben, das sind die Werte hier. 2,4 Gigahertz fürs Bluetooth, 900 Megahertz fürs GSM und 12 Gigahertz für den Astra. Die Wellenlängen rechnen sich daraus aus und die Abstände. Bluetooth ist schrägstrich wahr, spezifiziert für 10 Meter. Manchmal funktioniert das mit den 10 Metern, manchmal nicht. Manchmal haben sie auch mehr Reichweite als 10 Meter. Wenn wir mit Bluetooth mal ein bisschen experimentiert, der weiß, dass das also, naja, auch so eine Hausnummer ist. Die GSM-Zellen früher, ne, die GSM-Zellen im 900-Meghertz-Bereich sind mit 35 Kilometer Radius definiert. Das ist ziemlich viel und ich bezweifle, dass es noch signifikant eine Anzahl von Zellen gibt im westeuropäischen Bereich, die wirklich so groß ist. Also es mag es im Schwarzwald welche geben oder irgendwo in der Pläne, aber die GSM-Zellen in Karlsruhe sind definitiv keine 35 Kilometer groß. So, das wollen sie nämlich gar nicht, weil sie ja möglichst viele Nutzer in der Gegend bedienen wollen und das können sie eben nicht mit einer Zelle, da ist es begrenzt, da haben sie acht Zeitschlitze und mal die Kanäle, die sie haben. Dann könnten sie irgendwie, was weiß ich, sechs, sieben Nutzer auf einem Kanal bedienen zurzeit und das ist dann einfach, ruckzuck ist die Kapazität voll. Am Anfang sah das ein bisschen anders aus oder wenn sie irgendwo da im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs sind und da wirklich nur Sprachtelefonie betreiben wollen, dann mag das sein, dass 35 Kilometer Radius noch so hinnehmbar ist, aber wie gesagt, ich zweifle das. Spezifikation ist es aber trotzdem. Für den Satelliten, die geostationäre Bahn ist 36.000 Kilometer hoch, also das ist das, wo der Satellit sich dann so schnell dreht wie die Erde und trotzdem nicht wegfliegt oder runterfällt. Und ja, wenn Sie das jetzt ausrechnen, also jetzt hier die Funkfelddämpfung sich ausrechnen, das ist das Lambda durch 4PiR zum Quadrat. Dann haben Sie beim Bluetooth 60 dB, beim GSM 122 und beim Astra haben Sie 204. So, was empfangen wir dann noch, wenn wir das P2, das ist letztlich das gewesen, was ich unter ERP verstanden habe, einsetzen. Ne, beziehungsweise nächste Zeile, wenn wir jetzt noch die Antennengewinne dazu rechnen, dann kommen wir eben hier auf minus 60, minus 111 oder minus 137. Und wenn wir jetzt uns die Leistungen angucken, dann sind das eben minus 50 dBm im Bluetooth. Das ist eigentlich üppig. Gut, die Bandbreite ist trotzdem noch ein Megahertz, aber das ist eine üppige Leistung, die da ankommt. Da brauchen wir also nicht viel zu tun, um da, wenn das die einzige Störung ist, das ganze Signal aus dem Rauschen hochzuheben. GSM auch, das sind minus 78,4 dBm. Also wenn GSM im freien Raum stattfinden würde, dann wäre auch das eine üppige Eingangsleistung. GSM-Empfänger sind spezifiziert, bis ich meine minus 104 oder minus 106 dBm, steht irgendwie unten drunter unter der Tabelle. Da steht es 106, ne? Basisstation ist 106, ne, 104. Okay. Minus 104, das heißt also auch da ist noch reichlich Platz. Bei minus 104 dBm würde es immer noch ausreichen, dass man die Daten empfangen kann. Also da bricht es noch nicht ab, aber da können schon Fehler passieren, die aber noch korrigiert werden können und wir sind mit minus 78 da deutlich drüber. Nun haben wir jetzt hier aber auch nicht berücksichtigt, dass wir uns ja irgendwo in der Gegend befinden. Das heißt, da können Bäume zwischenstehen, LKW zwischenfahren, mal der eine oder andere Hügel oder Berg oder so auch noch so am Rand oder sowas sein. Und wir arbeiten ja beim GSM nicht im freien Raum, sondern wir stehen ja auf dem Boden und also auch der Erdboden und so, der dämpft da noch. Also das ist alles nicht berücksichtigt. Das einzige, wo tatsächlich diese Freiraumausbreitung auch einigermaßen stimmt, wäre sicherlich beim Astra-Satelliten. Und da kommen dann von den da oben scheinbar ausgestrahlten 100 Kilowatt noch 1,6 Pikowatt an. So. Und das ist auch tatsächlich so, dass wir da jetzt an der Rauschgrenze sind. Wir kommen hier im guten Fall bei einem 10 MHz Band, ist auch nur eine Abschätzung für das Fernsehband. Das ist effektiv ein bisschen kleiner. Landen wir bei einem Signalrauschabstand von 16 dB. Das reicht, um Fernseher gucken zu können. Wenn aber jetzt noch was passiert, also irgendwo ein Gewitter oder ein Schneesturm oder sowas passiert auf dem Weg dahin, dann war es das nicht. Dann können Sie keinen Fernseher mehr, hier bin noch gerechnet, für das analoge Fernsehen mehr gucken. So. Also das sind die Konsequenzen hier. Man muss noch eins dazu sagen, viel besser als Freiraumausbreitung wird es eigentlich nicht. Also auch das ist schon eine ganz gute Annahme. Natürlich können Sie hoffen, dass Sie mal konstruktive Interferenzen haben, also zwei Wellen vielleicht nochmal, ein Teil eines Signals nochmal irgendwo reflektiert wird und sich dann konstruktiv mit Ihrem Signal überlagert. Das ist eigentlich was, was wir in der Übertragungstechnik nächstes Semester besprechen. Auch da nochmal für verschiedene Kanalmodelle und so. Also man kann darauf hoffen, dass es noch etwas bessere Szenarien gibt, aber das ist eher selten und wäre eher eine positive Überraschung. Freiraumausbreitung ist eher das Modell mit der, ja auch das ist eine gute Annahme. Sie müssten eigentlich hier beim Bluetooth, da kommen wir auch gleich noch drauf, oder auch beim GSM, noch andere Annahmen treffen, dass Sie zum Beispiel beim Bluetooth im anderen Raum sind, oder dass beim GSM der Erdboden noch absorbiert und so, oder da vielleicht auch noch irgendwas dazwischen ist. Also das ist jetzt hier eine sehr Positivat.